einen obolus der herr wird es euch vergüten funken führst und feuerblitz euch kenne ich doch ihr seid zurück was kann ich tun für euer glück meine waren wollt ihr sehen ich bitte euch euch zeit zu nehmen so haben sie kleiner was auch nichts war dass man irgendwie brauchen könnte ne starb der erzündung nichts da haben sie niger seelenstein zurück was kann ich tun für euer glück du kannst mir einen verdammten seelenstein verkaufen 3 prozent weniger man es ist eigentlich zu wenig für das upgrade so hast du vielleicht was guten tag schönes fräulein aber sicher doch um herrnig schild schlacht axt schwert okay brauche ich alles nicht fein leder kapuze nene 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 pürenische handschuhe Nein, 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 nein Du hast auch Hier kann man auch nichts Gescheites verkaufen Bis demnächst Sieht hier auch ziemlich trostlos aus Was ist denn das für eine Rüstung, die ihr da tragt? Was trage ich denn für eine Rüstung? Hallo? Achso, das ist meine Rhetorik-Rüstung Ihr seid Fremdländer, was? Ihr hättet euch keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um nach Enderal zu kommen Seit Neuestem erhebt der Orden schon Wegelose und Unterstädter zu hütern Da erzähl mir jemand mal was von Tradition und Wege Hör auf zu labern, meine Liebe Da, Marktplatz Da müssen wir hin Hast du denn Vielleicht einen anständigen Seelenstein Mal zur Hand Schreitet wohl, Madame Wie kann euch Seelerinnen und Freunde heute zu... Natürlich Seelenstein Expertenbücher Ich brauche keine Expertenbücher Ich brauche Seelensteine Verdammt nochmal Kann ich dir denn was Schickes verkaufen? Hä, komm Das halten wir Das lesen wir gleich mal So Kann ich auch nichts Schreitet wohl Wer verdammt nochmal Hat nochmal einen Seelenstein Den er mir freundlicherweise Mal geben möchte Ja? Nein, sie ist nur zum Bestauen hier Sagt was ihr braucht und macht schnell Kein Seelenstein Komm Amaltist kommt weg Anartstein kann weg Rubine können weg Die ganzen Seelenstein Fragmente können weg Zerbrochene Seelenstein Ich weiß auch nicht mehr Wer Flüchtung braucht Nägel brauche ich bestimmt nochmal Mein Holzschüsse brauche ich nicht Alles... So ein Besen brauche ich auch nicht Das ist alles das, was wir das Inventar verstopft Na? Elementarismus Mh... Ne Schreitet wohl Hast du zufällig... Schreitet wohl Aber immer doch Hat mal Feuerwind Ne Gut, hast du Seelensteine Du hast zwar geile Sachen Aber du hast Auch Verdammt nochmal Keine Seelensteine Nämlich kann ich auch nichts verkaufen Schreitet wohl Wie kann ich euch zu Diensten sein? Du hast bestimmt keinen Seelenstein Aber... Äh... Assassinhani Stern 40 Ben nimmt sich einfach Als würde sie erhabenen Pfades sein Manche wissen einfach nicht Wo ihr Platz ist Am Quicksüberwarten Manche Dinge ändern sich einfach Knie Nochmal Habe ich jetzt da irgendwas, was ich basteln könnte? Sterner Helm Nee, nichts, was ich gebrauchen könnte Mann Sonst hast du hier auch nichts Spannendes, ne? Ja Hm Nee, das ist nichts, was ich gebrauchen kann Verdammt, aber ich brauche so einen Seelenstein Hoffen Hoffen wir, dass du einen Seelenstein hast Den Handständigen Komm Schreitet wohl Alles, was das Herz begehrt Seht selbst Seht selbst, ja Bestimmte Ah, guck mal Keine Ahnung Dir kann ich das Zeug verkaufen Aber du hast auch nichts, was ich gebrauchen könnte Kommt wieder Und verzauber ich halt das Ding so Eternische Elementarkosten Sieben Prozent weniger Mana Zehn Prozent weniger Mana Truppie Zauber Hm Hm Hier generiert vier Punkte schneller Ja Mana regioniert acht Prozent schneller Ja, komm Herstellen Schade 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 Naja Kann ich noch was schickes basteln Nee Aber Schreitet wohl Alles, was das Herz begehrt Seht selbst Erstmal gucken, was ich Ich habe zwei Handwerkspunkte Die kann ich in Handwerkskunst reinsetzen Oder in Verzauberung Ich würde sagen, ich setze die in Handwerkskunst Alles, was das Herz begehrt Seht selbst Haben wir Handwerkskunst hier Nein, haben wir nicht Ach doch, Handwerkskunst Bis Stufe 100 Aber wie Ach Na toll Meisterbuch der Verzauberung Ja Meisterbuch Aber das ist falsch Ich brauche das Expertenbuch Und das hat er natürlich nicht Kommt wieder Diese Leute, die nichts haben, was man braucht Das ist wirklich schrecklich Mal fast zum Gruß Aber immer doch Was hast du denn hier Ja, nicht die, sondern die So Ähm Expertenbuch Ja komm, dann nehme ich halt Zweimal Expertenbuch Verzauberung Beschreitet Zoom Ah, na toll Jetzt habe ich natürlich die Falschen gekauft Ähm Ähm Das ist Vielen Dank.